Hi, Zeit für Video Nummer 5. Heute kommt der Klassiker schlechthin, um den Atemdruck zu erhöhen und die Kraft der Ausatmung. Und dafür kommt der Griff natürlich ins Altpapier. Wir nehmen irgendeinen Zettel, den wir nicht brauchen und fixieren ihn, wie du das wahrscheinlich schon kennst, mit dem Atem an der Wand. Wenn das bei dir nicht klappen sollte, an deiner Wand, weil sie vielleicht zu glatt ist, dann kannst du den Zettel einmal komplett zerknüllen und danach wieder auseinanderfalten. Und dann klebt er auch an jeder Wand und sogar an der Glasscheibe, dann ist das überhaupt kein Problem. Also würde ich sagen, gehen wir schön nah an die Wand ran und halten den Zettel einfach so lang wie möglich an der Wand. Aufgabe Nummer 1 und los. Und gleich noch einmal. Und ein drittes Mal. Gut, damit können wir nämlich super trainieren, dass wir richtig schön aktiv ausatmen. So, dann gehen wir ein kleines Stück weiter von der Wand weg. So. Und 1, 2, 3. Und noch einmal. Und noch einmal. Und ein drittes Mal. So. Und jetzt versuchen wir es noch ein Stück weiter weg. Jetzt wird es anstrengend. So. 1, 2. Und ein zweites Mal. Und ein drittes Mal. Jetzt ist es mir runtergefallen. So. Super Übung, die man auch immer wieder zwischendurch machen kann. Geht super schnell. Und es ist super anstrengend, gerade umso weiter du weg gehst. Und dementsprechend lohnt sich das dann umso mehr, weil du natürlich direkt auf Vollgas gehst. Und dafür gibt es natürlich auch Variationen. Und die Variationen werden wir im Laufe der Challenge auch machen. Dann mach am besten diese Übung heute Abend auch noch. Und morgen früh auch noch. Und morgen Abend auch noch. Bevor wir uns dann übermorgen, nämlich am Freitag, zur nächsten Übung sehen. Bis dahin, viel Spaß beim Pusten und Tschüss.